Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 19. Oktober 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1103. Heute mit den folgenden Themen. Apple Event, Microsoft Translator, Ikea, Wapper, Bee, Betrug, eSIM und Neon. Sowie noch einen kleinen Link im Nachhinein. Wer gestern den Apple Event nicht mitbekommen hat und nicht mitbekommen hat, dass da noch eine andere Geek Talk Daily in dem Podcatcher eurer Wahl liegt, ja, den könnt ihr noch anhören, denn da habe ich mich exklusiv über die Neuigkeiten von Apple unterhalten. Also somit da reinhören, wer sich dahingehend informieren möchte. Das wäre dann die Geek Talk Daily 1102, nee, 3, wenn mich nicht alles täuscht. Mist, am Anfang, Entschuldigung, böses Wort, am Anfang die Nummer war falsch. Hier ist natürlich die Geek Talk Daily 1104. Ja, ich gehe gleich weiter mit dem nächsten Thema. Microsoft hat ja einen eigenen Translator, denn Microsoft Translator kann mittlerweile über 100 verschiedene Sprachen und Dialekte übersetzen. Gerade erst sind zwölf Neue dazu gestossen. Dazu gehören zum Beispiel Bakirisch, etwas, was ich nicht aussprechen kann, Gregorisch, Kirgisisch, Mazedonisch, Mongolisch in kyrillischer Form und Mongolisch in traditioneller Form, und so weiter und so fort. Also Gespräche, also Sprachen, die wir nicht ganz so oft verwenden hier in unseren Gefilden, könnte ich mir dezent vorstellen. Aber schön, dass es die auch gibt und dass man auch da die Möglichkeit hat, das Ganze zu übersetzen. Wem kommt das zugute? Unter anderem vor allem auch den Geschäftskunden von Microsoft, die auf die Azure Cloud setzen. Wer dazu mehr nachlesen möchte und wie auch die ganzen anderen Themen, auf daily.geektalk.ch findet ihr einen Link dazu oder im Podcatcher eures Vertrauens. Dann gibt es Neuigkeiten von Ikea. Noch nichts Offizielles, aber es ist da was durchgesichert. Man hat anscheinend ein neues Produkt in Planung. Und ja, Sachen kommen immer wieder in letzter Zeit. Neuer Bluetooth-Speaker. Ja, Bluetooth-Speaker, somit kein Symphonisk-Gerät, was man mit Sonos zusammenentwickelt hat. Ikea hat ja die Bluetooth-Geschichten in verschiedenen Kooperationen mit verschiedenen Firmen. Und dann eben die Symphonisk mit Sonos. Und hierbei handelt es sich wieder mal um eine Geschichte eines Bluetooth-Speakers in Zusammenarbeit. Wahrscheinlich mit Spotify oder die blättern da ein bisschen Geld hin, wie auch immer. Es gibt nämlich einen dedizierten Knopf, einen Spotify-Tab-Knopf. Einmal draufdrücken und man soll direkt bei Spotify landen. Also der Musik dazu. 1,5 Sekunden lang muss man dafür draufdrücken. Das zumindest verraten die ersten Bilder und Skizzen von der FCC, wo das Ganze vorab eingereicht wurde. Das kleine Helmchen ist nach IP65 zertifiziert. Wer nicht weiss, was diese Schutztechnologien etc. Begriffe zu sagen haben, auch dazu einen Link in den Shownotes im Podcast für euer Vertrauens oder eben auf daily.kiktok.ch zum Anklicken und schlauer werden. Was kann es? Das Teilchen, also das kleine Helmchen. Es schaut irgendwie aus wie so ein Erst-Welt-Krieg-Helmchen. Das kann leuchten, also Lampen leuchten. Und es kann eben Musik wieder geben. 20 Lumen bei 2700K, also kein Tageslicht, sondern einfach ein bisschen Beleuchtung. Somit für draussen gut geeignet, weil Staub und Regen geschützt. Zumindest nicht permanent, aber Regen geschützt. Und man kann damit, wenn man zu 50% die Lautstärke auftritt und zu 50% die Helligkeit auftritt, circa 13 Stunden auskommen. Also es dürfte reichen für das nächste Poker-Event etc. Dass man da draussen am Pool wieder gut Sommer müsste dafür sein. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Dann habe ich meine Liste zu eSIM-kompatiblen Smartphones wieder mal erweitert. Ich habe ein paar Hersteller angefragt, einige haben geantwortet, andere da warte ich noch drauf. Es gibt unter anderem Smartphones von Apple, Google, Huawei, Motorola, Oppo und Samsung in der Liste. Wer sich also ein solches suchen möchte, unbedingt da mal reinlesen. Dann gibt es Neuigkeiten von Neon, dem Schweizer Fintech. Zum einen gibt es Sachen, die direkt kommen, wie zum Beispiel, dass keine SMS mehr kommen, wenn man etwas über das Konto bucht, sondern eine Push-Notification. Und dass man bald schon nicht mehr einen PIN per Brief ordern muss, wenn man das Passwort ändern möchte und oder hoffentlich auch bei einem neuen Gerät einrichten. Weil das passiert mir regelmässig. Und das wäre natürlich toll. Auch toll ist, dass es neue Karten gibt. Die Plastikkarten zum kostenlosen Konto sind aus recyceltem Plastik gefertigt. Daumen hoch, würde ich doch sagen. Und noch besser sind die Karten für die Neon Green Kunden. Diejenigen, die ein bisschen was dazu zahlen und auch helfen, den Planeten in kleinen Schritten zu retten. Oder zumindest ein bisschen was Gutes tun in der Richtung. Und die Karte ist neu auch nicht mehr aus Kunststoff. Die ist aus Kirschenholz gefertigt. Wer also mag, unbedingt da mal reinschauen. Ich habe im Blogpost auch verlinkt, eine Übersicht zwischen den beiden Konten und dessen Unterschieden. So rum. Und dann habe ich euch, weil gestern davon geschwärmt und erzählt, meinen Beitrag, den ersten kleinen Eindruck zu der Apple Watch 7 noch verlinkt, über das, was ich gestern in der Folge erzählt habe. Ja, das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen guten Start in diesen Tag. Es ist bald Vollmond und genau, noch ein paar so weitere sinnvolle Informationen. Euch einen schönen Tag und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.